Hi Gerd, also erstmal liebe Grüße und zum zweiten richtig ein verdammter verfickter Scheiß an dem Alpha. Um es nochmal deutlich zu sagen, verdammter verfickter Fingerbrecher fucking fuckscheiß Drecks Fick. Aber es geht Stück für Stück das positive daran. Aber nochmal um es zu sagen, verfackter Drecks, Huren, Fick, Scheiß Dreck.